so willkommen zu einer neuen folge pokémon go und das wird bestimmt das längste video was ich je gemacht habe oder mache und deswegen fangen wir auch direkt an denn ich habe es geschafft was habe ich geschafft keine ahnung wer die letzten wochen beobachtet hat gab es meistens freitags ja immer mal so einen trade stream eine trade session meistens habe ich mit dem star getauscht mal habe ich auch mit eigenen accounts getauscht fernab dessen habe ich auch mit anderen zuschauern mal getauscht der gabriel hat er geholfen der dragonite hat er geholfen andere leute asultre war dabei heiko war dabei verschiedene leute so und ich habe mich in den letzten tagen getrennt von meinen ältesten pokémon ich habe level 40 ja 89 prozentige aquanas komplett gepusht rausgehauen von 2016 ich habe mein nuller raupi rausgehauen von 2016 mit null prozent eines der ältesten pokémon was ich noch hatte von august 2016 irgendwas aber ich habe es geschafft es hat sich gelohnt ich habe sie alle wenn wir nach dem lucky dex gehen ich habe alle pokémon als lucky dex ich habe alle shinies im shiny dex auch die familien auch die entwickelten ich habe alle geschlechter im gender dex also theoretisch ist der pokédex sagen wir mal zu 100 prozent voll ich habe alle pokédex einträge da gibt es ein paar lücken fällt mir gerade auf nehm das mal nicht so ernst trotzdem ich habe alles was ich jetzt haben kann habe ich und alles was jetzt möglich ist für mich ist auf jeden fall da wir werden uns das jetzt angucken ihr seht auch statistiken dazu wir gehen jetzt jedes einzelne vieh durch und ihr könnt mal vergleichen wie viel ihr habt ihr seht ja dann auch immer ihr seht männlich weiblich darauf müsst ihr jetzt achten dass also männlich und weiblich angezeigt wird das shiny und normal angezeigt wird und dass ein lucky hintergrund angezeigt wird das ist das worum es mir jetzt geht der gender dex der shiny dex und der lucky dex ihr könnt gleichzeitig auch auf die statistiken gucken wenn ihr hier seht 1600 gesehen 744 gefangen ja okay die differenz hört auf auf die differenz zu gucken ihr könnt einfach nur mal gucken generell auf gesehen und diese zahlen vergleichen mit euch visa sam 1600 visa knos 48 visa floor 43 nicht auch zuletzt natürlich durch die raids die mega raids glumanda 1065 ich kann ja direkt einfach mal hier noch drücken dass man das shiny auch immer sieht glutexo 38 glurak 56 ihr seht wie immer lucky hintergrund shiny männlich weiblich alles dabei schicke 1197 schillock 62 tour talk 44 die spezialverkleidungen sieht man jetzt hier natürlich nicht und die halloween kostüme da müsste man wieder in den living decks zurückgehen aber wir befinden uns jetzt nur im pokedex raupi 2580 safkon 589 smetbo 101 hornliu 6930 das müsste glaube ich das höchste bis jetzt sein kokuna 1866 bibor 161 taubsi 9443 ja das ist schon das shiny ne ihr seht hier normal shiny tauboga 2973 natürlich auch vieles durch entwickeln ist ja klar taubos 127 das sind gar nicht so viele ihr seht auch immer bei glücks könnt ihr ja mal gucken glücks 4 warum glücks 3 glücks 2 das ist ja interessant dann haben wir radfratz 10.135 wir haben natürlich das normale shiny wir haben auch das das alola shiny aber ist ja egal zählt alles zusammen es ist auf jeden fall alles vollständig lucky männlich weiblich weiblich shiny shiny hier shiny da radikal 1179 shiny und alola shiny wir haben habitag 1872 davon gibt es ja noch kein shiny wir haben ibitag 179 da seht ihr mal wie wie selten die eigentlich sind da muss unbedingt ein siede her wir haben rettern 2971 arbok 72 pikachu äh 5602 raichu 87 und auch die alola form sandan 1014 und alola form sandama 43 und alola form nidoran 1075 nidorina 129 nido queen 17 nidoran männlich 1069 nidorino 128 nido king 16 pipi pipi 898 pixi 26 wulpix 701 da ist es andersrum da gibt es ja das normale wulpix als shiny gar nicht ne guckt mal wie das hier aussieht ich bin wulpix als shiny wir haben aber das alola shiny deswegen wird uns das normale wulpix als shiny auch angezeigt 701 bei wulpix auf jeden fall äh 39 bei alola wulnona und hier seht ihr auch das normale wulnona als shiny guckt euch das an sieht auf jeden fall gut aus so silber ne äh 39 auf jeden fall bei wulnona 1504 pummeluf 74 knuddeluf 1646 zubert 211 golbert 2583 mirapla 176 duflor hier habt ihr wieder einen unterschied zwischen männlich und weiblich der hat hier lauter kleine punkte oben auf dem kopf und der weibliche hat vier große flatschen ne das seht ihr hier seht ihr jetzt gleich nochmal die flor 13 hat hier viele kleinere punkte und hier größere punkte der unterschied zwischen männlich und weiblich paras 1934 parasek 161 blutzug 2823 omot 148 dicta 2079 und die alola form dictry 26 mit blauen nasen und der alola form natürlich ah das sieht ja heftig aus es sind schon drei teile dabei 2286 von maozi shiny shiny galer äh alola und wir sehen sogar schon die galer form als shiny obwohl wir die ja noch nicht haben aber ist alles vollständig hier wird alles so angezeigt also normales shiny alola shiny galer shiny natürlich auch snow billy cut äh shiny 77 stück und als alola shiny enton 2068 das schöne eisblau entoron 96 menki 3348 rasav 153 focano 663 akani 37 kwapsel 1603 seht ihr auch wieder kaum einen unterschied ne kwapuzzi 140 kwapo 15 abra 1232 kadabra 113 10 simsala 22 macholo 3434 maschok 36 machomai 150 knofensa 2563 ultrigaria 145 sazenia 21 tentara 930 tentoxa 59 kleinstein 1853 und auch die alola form äh georock 70 und auch die alola form geowatz 68 und die alola form ponita 1246 da wird komischerweise keine galer form als shiny mit angezeigt das haben sie ja sehr schlau gemacht äh galoppa 95 dann haben wir fleckmon 1167 lamus 73 magnetilo ohne geschlecht 818 magneton 43 porenta porenta in der normalen version also so porenta und als shiny 219 plus galer shiny normales shiny galer shiny gibt es ja noch nicht ist sehr verwirrend schon wieder 219 auf jeden Fall dodo 207 dodo kommt ja jetzt bald als shiny genau wie ladybar äh dodri 13 europe 1684 yugong 37 slimer 548 und als alola von mir ist das plötzlich ultra klein slimeok 33 und als alola muschas 3493 austos 94 nebulak 1327 alpollo 168 genga 69 onyx 892 traumato 1089 hypno 106 krabbi 1364 kingler 120 voldobal ohne geschlecht 843 lektro ball 22 owei 1787 kukowai 214 und die alola version ohne kopf dragosso 934 knogger 215 und die alola version kikki 64 nocchan 84 schlurp 184 smogon 2450 smog mog 28 und die alola version normal shiny die galler version meine ich natürlich rihorn 1255 rizaros 35 chanera 472 tangela 324 kangama 211 sepa 1122 semon 80 goldini 580 goldking 56 stern du 836 stami 68 pandimos 2236 da sehen wir die galler formen auch noch nicht aber shiny sichlor 1001 rosana 278 elektek 221 magma 151 pinzier 388 taurus 109 karpador 3435 garados was habe ich eben gesagt taurus karpador garados habe ich nicht ich dachte ich habe eben schon mal garados gesagt garados 24 das rote labras 255 ditto 539 evoli 4333 aquana 135 blitzer 91 flamara 160 porigon kommt jetzt ja zum z day 157 ammonitas 652 amoroso 17 cabuto 584 cabutops 16 aerodactyl 243 relaxo 261 arctos 74 shiny lucky zaptos 70 shiny hier nochmal shiny normal shiny lavados 84 shiny dratini 707 dragonier 55 dragoran 46 mutu 229 mu tja schon geht es nicht mehr auf ist ja gar nicht lucky ne wie soll man das aber lucky bekommen wenn man es nicht tauschen kann also mu fehlt natürlich weiter geht es mit generation 2 das video geht jetzt schon 15 minuten aber wir nehmen uns die zeit wen es interessiert endivie 1210 äh loreblatt 31 megani 9 feurigel 806 igelava 25 tornupto 13 kanimani 983 tyra croc 39 impergador 20 visor 5318 visenior 622 huthut 2490 noctu 181 ladybar bald shiny ne ihr wisst bescheid 2473 irgendwie stehe ich hier auf dem kabel ladyjan 529 weberrack 3103 ariados 456 xbad 23 lampi 1018 landturen 44 pichu 233 pi 142 fluffeluff 162 togepi 171 togetik 56 natu 2698 xatu 207 voltilam 681 vati 42 ampharos 14 blubella 8 merril 1057 azumaril 137 mogelbaum 574 quaxo 9 hopspross 1947 hubelupf 288 papunga 23 griffel 1660 sonnenkern 1639 sonnenflora 10 yanmar 1449 felino 849 moorlord 64 psiana 8 nachtara 11 kramurx 3255 laschoking 7 joha und jetzt haben wir das problem dass nämlich im zweiten wenn das ikognito kommt ein fehler drin ist wenn ihr nämlich auf das ikognito geht dann dreht der bildschirm durch das trauenfugil was vor dem ikognito ist da ist es leider auch so und das wohin genau was nach dem ikognito ist ist es leider auch so das laschoking konnten wir uns also noch angucken das trauenfugil können wir uns leider nicht angucken das ikognito auch nicht und das wohin genau auch nicht bis der bug nicht behoben ist aber glaubt mir sind alle als lucky sind alle als shiny sind alle als männlich und weiblich da dann haben wir weiter giraffarik 84 tanser 417 forstelka 13 dummisel 397 skorkler 963 stahlos 11 snubbull 1265 granbull 44 baldorfisch 188 scherox 15 potrot 962 skaraborn 205 sniebel 1016 teddy ursa 1185 ursaring 47 schneckmark 363 makargo 16 quikel 2317 keifel 83 korazon 102 gibt es noch keine galler vor remorite 662 octillerie 94 botogel 766 mantax 275 panza aeron 268 hundustar hundustar 727 hundemon 43 sedraking 8 äh fanfi fanpi 428 donfan 18 porygon porygon 11 dam hier plex 333 farbigel 42 rabauts 134 capoeira 16 kusilla 124 elekit das gibt es nur in weiblich gut äh elekit sieht man auch wieder kaum den unterschied 109 magbi 135 miltank 111 heiterra 26 raiku 162 entei 147 suikun 123 lavita 662 pupita 47 despota 276 lugia 127 ho oh 138 celebi ende von kapitel 2 gen 2 da gibt es natürlich nicht lucky äh kann man ja nicht tauschen wie sie das machen keine ahnung kommen wir zu generation 3 ihr könnt schön mitvergleichen ich lese es ja sorgfältig langsam vor dass alle mitkommen jetzt nachts um 3 äh geckabor 1394 reptain reptain wie auch immer 17 gewaldro 6 flemli 1641 jungglut 49 logok 9 hydropi 898 morabel 25 sumpex 12 fiffen 1330 magna jen 73 zickzacks 1499 und galerform aber gibt es ja das shiny noch nicht naja aber guckt doch mal wie komisch das aussieht äh haben wir dann hier 1757 schalocco das war auch ein spaß 20 ja so das ist ja dann das andere papinella 6 panikon 12 pudox 7 loturzel 358 lombrero 12 kapalores 6 samurzel 1268 blanas 66 tengulist 8 schwalbini 1194 schwalbos 47 wingul 1347 pelippa 9 trassler 1031 kirlia 37 gadewor 11 geweiher 1585 maskeregen 25 knilz 879 kapilz 26 bummels 410 mundtier 15 letterking 5 ninkada 31 ninkada ninkada 4 ninkada 11 flurmel 1414 krakilo 120 krawumms 5 makuhita 2419 hariyama hariyama 97 azuril 104 nasknet 364 eneco 1485 eneco 71 zubiris 532 flunkiever 130 lunkiever 130 stollunior 1047 stollrak 128 stollos 11 mediti 1989 meditalis 46 fritzlblitz 1853 voltenso 30 plusle 1042 minun 1010 volbiet 900 ilumise 205 roselia 1833 schlupuk 2610 schluckwech 40 kanivanja 1371 tohaido 13 weilma 1325 weilord 6 kamaub 464 kamerupt 10 kurdel 13 spoing 1634 groing 18 80 pandir 168 die einzelnen formen ja seht ihr und bis jetzt habe ich auch alle auf der hand ich glaube die Nummer 2 fehlt gerade aktuell knacklion 427 vibrava 14 libeldra 7 tusca 818 noctusca 16 vablu 1788 altaria 9 seng 1089 vipides 212 lunastein 593 sonnfell 191 schmerbe 4390 1390 welsa 53 krebskorps 312 krebutak 11 pupans 504 lepumentas 17 liljeb 1465 15 willi 24 anorit 1177 armaldo 24 24 barsch 493 milotic 6 äh formio 1410 da fehlen eigentlich die drei anderen formen auch noch aber es hieß ja dass die anderen formen komplett identisch sind shinies zu den normalen und das einzige was anders aussieht ist halt die normal form die dann so rosa ist schuppelt 2053 barnett 36 zwirlicht 618 zwirklopp 28 tropius 39 palim palim 25 absol 111 iso 172 schnäppke 693 fernondor 13 semobs 1437 sejong 50 walreiser 10 perlu 274 alabis 5 saganabis 4 relikant 31 libiskus 10 12 249 kindwurm 649 drachell 23 bruta lander 16 tanel 412 metang 23 metagross 19 regirock 46 regi eis 130 regi stil 37 latias 140 latios 111 kiogre 258 graudon 224 raiquaza 270 ihr müsst euch vorstellen das sind also 270 euro 224 euro 258 euro shirachi das ende von kapitel 3 wieder kein lucky weil geht ja nicht tauschen wir kommen zur gen 4 gut erstmal hier noch deoxys aber deoxys kannst du auch nicht tauschen also kein lucky wieso steht da kein achso das sieht man ja gar nicht verteidigungsform guck mal shiny normalform shiny angriffsform shiny initiativeform shiny das shiny könnt ihr aber nur angucken wenn ihr eins habt sonst müsste das hinten leer sein sieht aber komisch aus und ihr seht von allen auch schon alles kommen wir aber zu generation 4 shellast 31 minuten 1307 shellkarein 17 shellterra 9 panflam 1111 panpyro 12 panferno 7 plinfa 662 äh plibrin 8 empoleon 6 staralili 522 staravia 7 staraptor 4 bidiza 632 bidifas 10 zerpurze 519 zerpeise 8 ihr seht schon lange kein shiny mehr gewesen jetzt aber scheinux 101 luxio 4 luxtra auch 4 knospi 83 rosarade 8 cognodon 54 rameidon 3 schildarus 109 1 bolterus 3 burmi 6 6 5 und 30 burmadam 10 muss man auch die einzelnen entscheidend kurz durchklicken die kaum anders aussehen moterpel 5 vadribie 394 hornweisel 2 hier natürlich wer das männliche hat das geht nicht weiterentwickeln das weibliche könnt ihr weiterentwickeln und wird zu hornweisel wer das immer noch nicht weiß pachirisu 15 barmelin 190 bojelin 4 kikugi 37 kinoso 499 gibt es natürlich die zwei formen chalelos 385 gibt es auch die zwei formen gastrodon 8 auch die zwei formen ambidiffel 4 driftlon 687 driftzeppli 13 haspiror 2178 schlappor 35 traunmagiel 6 kramchef 4 shamian 223 schnurgarst 21 klingplim 23 skunkapu 179 skunktank 7 bronzel 306 bronzong 8 mobei 72 pantimimi 57 wonera 59 plaudergei 43 krypuk 5 kaumalat 255 knaxel 7 knackrack 5 mamfaxo 91 riolu 61 lucario 10 hypopotas da ist wieder ein unterschied zwischen männlich und weiblich ganz deutlich 882 hypotherus hier auch wieder unterschied äh 7 pionscora 91 piondragi ja piondragi 7 glibunge 659 toxikak 11 venufliebis 42 finneon 150 lumineon 3 manntirps 60 schneebedeck 1524 da seht ihr auch den unterschied zwischen mann und frau hier drei braune streifen und hier nur ja gut einer und da zwei was weiß ich wie auch immer auf jeden fall 1524 rex blizzard 32 da sind auch hier die brusthaare länger also hier sind sie länger da sind sie kürzer snibunna 7 magnezone 6 schluppleck 4 rihonjor 11 tangolos 3 elevoltec 7 magbrand 5 togekiss 4 jan mega 4 folipurba 11 glaziola 6 skorgro 4 mammudel mammutel 9 porigon z 4 galagladi 6 voluminas 4 zwirfinst 5 5 frostetje 4 rotom da habt könnt ihr hier sogar das normale rotom anzeigen lassen obwohl es hier nur das waschrotom momentan gibt sind auf jeden fall 11 ja ich weiß was ich jetzt sagt das ist doch gar nicht lucky aber das kann man doch tauschen bei den legendären habe ich es immer so gehandhabt dass ich warte bis die shiny sein können und habe mir dann den garantierten lucky eintrag mit den shinies gemacht deswegen wundert euch nicht alle shiny legendären die ihr bisher gesehen habt waren lucky drin selve vespre tobut sind nicht lucky drin weil es sie noch nicht shiny gibt bitte habt ihr nachsehen alles ist gut selve 3 vespre 24 tobut 7 wie gesagt gibt es noch nicht shiny deswegen noch nicht lucky die jalga 28 das war aber aus versehen dass der lucky geworden ist gibt es ja auch noch nicht shiny deswegen wäre der lucky eintrag da nicht nötig gewesen die jalga 28 palkia 31 hätte ich mir schon längst holen können aber will ich auch mit shiny machen heatran hier ist es wieder schön weil alles ausgefüllt ist die zwei übrigens kein geschlecht heatran 250 regigigas 29 giratina 138 138 und hier seht ihr gleich die fliegende made als shiny chrysalia 78 darkrai kann man ja nicht tauschen aber als shiny 43 viktini damit ist auch die vierte generation zu ende ihr seht wenn man es ganz genau nimmt komplett fail da fehlen welche als lucky als shiny war bisher theoretisch alles dabei aber es geht ja noch weiter wir haben noch hier die fünfte serpifoi 192 efoserp 5 serpiroyal 3 floink 248 verkokel 6 flambyrex 4 otaro 188 zwotronin zwortronin alter was für name zwortronin ja 5 admurai 3 nagelotz 1312 guck mal da 9 jorklev 1927 terribarg 18 bisbarg 4 Felilu 355, Kleopata 4, Vecimac 188, Vecichitta 3, Grillmac 84, Grillchitta 3, Sodamac 14, Sodachitta 2, Dusselgur 388, Navitaub 18, Fasernob, da habt ihr jetzt wieder den Unterschied zwischen männlich, weiblich, männlich, weiblich. Obwohl das männliche aussieht, als würde es zu irgendeiner komischen Party gehen mit Masken und wir fassen uns gegenseitig an. Und das weibliche sieht aus wie, ich komme aus einer alten Burg raus, was geht ab, wo gibt es hier was zu saufen. Also irgendwie sieht das weibliche männlich aus und das männliche sieht weiblich aus. Auf jeden Fall 5, Elezeber 68, Zebritz 3, Kiesling 187, Sedimantur 5, Brokkolos 3, Flecknoil 149, Flitiamo 3, Rotomurf 55, Stalobor 5, Ordoch 30, Praktibalk 20, Strepoli 4, Meistergriff 3, Schallquab 113, Mebrana 4, Branawarz 4, Iutesto 49, Karadonis 20, Stravickel 26, Folikon 2, Matrifol 3, Die sind als allerletztes mit Lucky geworden jetzt, Toxiped 274, Rollum, Sieht aus wie, klingt, wieso denke ich jetzt an Dürüm, Rollo, Döner, Rollum 4, Serapendra, Manche Namen habe ich noch nie gelesen, 3, Baumboll 35, Elfun 2, Lilminip 64, Dresella 2, Barschuft, Blau und Rot, kaputt, 33, Flampion 69, Flampivian 4, Maracamba 4, Litomiv 210, Castellit 5, Zurokex 11, Irokex 4, Simvulara 3, Makabaya 919, Echnatol 4, Galapafloss 13, Karipas 2, Flapterix 12, Aeropterix 4, Unratytox 56, Deponitox 4, Picochilla 287, Chilabell 4, Molly Morba 11, Hypnomorba 3, Morbitesse, Dafür sind übrigens, äh, der letzte, äh, 400 Sonderbombs draufgegangen, Weil ich die bei dem Event verpasst hatte, bei dem Psycho-Event, Deswegen musste ich mir ein männliches und ein weibliches suchen, Musste beide mit Sonderbombs durchentwickeln und gucken, dass noch ein Lucky dabei ist. Gleiches gilt für Monozyto, war im selben Event auch verpasst, Musste ich auch mit Sonderbombs weiterentwickeln, männlich, weiblich, Lucky. Also, Molly Morba 11, Hypnomorba 3, Morbitesse 2, Monozyto 19, Mythodos 2, Ah, 2, nämlich ein männliches und ein weibliches. Und eins davon war natürlich dann Lucky zufällig, so habe ich es einmal gespart. Zytomega 3, Picolende 128, Swarones 4, Emolga 7, Laukaps 74, Cavalanzas 4, Tarnpignon 167, Huzasa 6, Mammolita 43, Wazapf 85, Voltulla 4, Kastatur 74, Tentantel 4, Klick 44, Klick, Klack 4, Klick-Di-Klack 2, Pygraulon 84, Megalon 2, nämlich ein weibliches Lucky und ein männliches und schon hast du alles voll, Lichtl 204, Laternecto 4, Skellabra 3, Milza 18, Schafax 2, Maxax 2, Petzniv 75, Siberio 4, Frigometri 12, Schnuthelm 85, Hydragil 3, Flunschlik 103 und Galafor, Golbit 32, Golgantis 4, Visofunk 10, Geronimatz 6, Waschak, Waschakwil 2, Furnifras 217, Vermikula 165, Capuno, Das ist das einzige Shiny momentan, was mir fehlt, trotzdem männlich, weiblich, Lucky, alles am Start, aber daraus mache ich ja kein Hehl, ich habe ja gesagt, bei jedem Dings immer, Capuno fehlt mir, Capuno fehlt mir alle anderen Shinies, die es momentan gibt, habe ich, und die paar Luckies, die ich nicht Lucky habe, sind legendäre, die ich erst als legendäre Shinies Lucky traden möchte, nur zum Verständnis. Capuno 209, Duodino 3, Trikefallo, auch 3, Cobalium 26, Terrakium 65, Viridium 26, Boreos, wie gesagt, gibt es doch nicht als Shiny, deswegen noch nicht der Eintrag, haben wir hier 18, Wer ganz genau aufpasst, der wird sehen, dass ich Boreos und Demeteros habe, aber das Voltolos fehlt, denn das war ja in dem Zeitraum, wo dieses, ähm, Psycho Event war, mit Molly Morba und Monozyto, da war auch Voltolos da, und ich hatte meinen Account nicht, deswegen ist dieser eine Raid Boss nicht im Pokedex. Aber der muss ja eh irgendwann als Shiny kommen, da kann ich mir den fangen, gleich das Shiny fangen, und dann gleich das Lucky Shiny traden, also nicht so schlimm. Tiergeistformen muss ja auch irgendwann noch kommen, Tiergeistformen muss ja auch irgendwann noch kommen, Boreos auf jeden Fall 18, Regiram 33, Sekrom 56, Demeteros 29, Kyurem 77, das ist aus Versehen auch Lucky, ne? Aber egal, dann haben wir hier noch das Genessekt, auch natürlich hier als, als Shiny mit 34, und dann kommt ihr schon zum, zum Galadex, da habt ihr nämlich Barrikadax 2, und Mautzinger 2, aber auch männlich, auch weiblich, auch Lucky, und ganz am Ende, endlich, ja, Melltan 286, auch als Shiny, und Mellmetall mit 4 Stück, auch als Shiny, Lucky, alles dabei, und weiter geht's nicht. Das war jetzt wirklich hier, der komplette Pokedex, alle Generationen, alle Shinies, bis auf Capuno, alle Luckies, bis auf die Legendären, die noch nicht, äh, Shiny sein können, ansonsten wirklich alles, und vor allem alle Geschlechter. Alle Geschlechter sowieso komplett, ich kann euch auch hier den Megadex nochmal fix zeigen, hab ich ja hier auch geguckt, Megabeasaflor, auch männlich-weiblich, Shiny dabei, vor allem 13, 2, Mega-Glurak-X, männlich-weiblich, Shiny, alles dabei, 8, gesehen, 2 gefangen, Mega-Glurak-Y, männlich-shiny-weiblich, alles dabei, gibt's ja leider keinen Lucky-Eintrag, 13 zu 2, dann haben wir das Mega-Turtog, männlich-weiblich-shiny, alles dabei, 13 zu 2, dann haben wir hier das Mega-Bibor, Shiny, normal, da konnte ich noch kein weibliches machen, ihr seht, gesehen, 1 gefangen, 1, weil man bisher ja nur aus der, äh, Mega-Spezialforschung ein Bibor entwickeln konnte, wenn ich nochmal dasselbe entwickle, mit weniger Energie, hab ich ja trotzdem den weiblichen Eintrag nicht, sondern dann wieder den männlichen, deswegen muss ich jetzt warten, bis es aus den Feldforschungen, diese Mega-Energie gibt, auch für Bibor, damit ich dann eben noch mein weibliches entwickeln kann, und diese Lücke auch gefüllt, das ist die allerletzte Lücke momentan, von männlich-weiblich im Gender-Decks, dass da das Weibliche fehlt, ansonsten habt ihr es gesehen, ein ziemlich zähes, langes, aber meiner Meinung nach doch trotzdem interessantes Video, wie gesagt, ich hab extra versucht so vorzulesen, dass wenn ihr da sitzt und bei euch durchblättert, ihr genau die Zahlen vergleichen könnt, wie viele ihr ungefähr gesehen habt, um so ein, ja, keine Ahnung, man einen Vergleich ziehen zu können. Hat euch das Video gefallen, schreibt's mal drunter, äh, wie findet ihr das so, die Sammlung, ich weiß viele, die sagen, männlich-weiblich ist mir komplett egal, sammelt ihr auch männlich-weiblich, schreibt's mal rein, sammelt ihr auch alles als Glücks, dass ihr die ganzen Hintergründe lucky habt, schreibt's mal rein, sammelt ihr Shinies, die Familien, schreibt's rein, schreibt's einfach alles rein, hin und her, keine Ahnung, das war's jetzt von meiner Seite aus, was, 51 Minuten, na gut, ich glaub, ein paar GBL-Videos gehen auch so lang, da habt ihr auf jeden Fall was Schönes zu gucken, ich würde mich freuen, wenn ihr euch die Mühe macht, weil oft die Frage aufkommt, zeig mal alle deine Pokémon oder zeig mal dein Pokédex oder sonst was, jetzt könnt ihr da sozusagen ein Stück vereinen, ne, das war's jetzt von meiner Seite aus, das kann ich mal hier zumachen, ich kann mich auch gleich wegmachen, schön passenden Hintergründe rausgewählt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses, und ihr wisst gar nicht, wie anstrengend es ist, die ganze Zeit, Zahlen vorzulesen. Wenn ich im Livestream drei Stunden so rede mit euch und irgendwas, das ist viel entspannter, aber diese Statistiken und Zahlen und, boah, mir tut auf jeden Fall alles weh, ich glaub, nie wieder, einmal reicht das, da wird sich eh nicht so viel ändern, außer wenn die neuen Generationen kommen, da muss man nochmal ein Update machen, Ja gut, das war's jetzt aber wirklich von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal, peace out, vorhaut, euer Ramses.